Die Theorie zur Grünlandlehre ist nun weitestgehend abgeschlossen und wir wechseln jetzt in die Praxis. Wir gehen in die Verfahrenstechnik rein zur Futterbergung und beginnen mit dem Kapitel des Mähens. Die Lerninhalte in der heutigen Stunde. Wir schauen uns zunächst eine Berechnung zur Ertragserwartung an. Man kann den Ertrag sehr gut über die Wuchshöhe einschätzen. Im zweiten schauen wir uns den optimalen Schnittzeitpunkt an. Es gibt einen botanischen Schnittzeitpunkt bezüglich des Entwicklungsstadiums der Graspflanzen bzw. es gibt auch einen optimalen Schnittzeitpunkt im Tagesverlauf. Den werden wir uns betrachten. Ich stelle verschiedene Mähmuster vor. Wir erschließen uns die optimale Schnitthöhe und abschließend werden wir dann noch über den Schutz von Rehwild reden. Starten wir mit der Ertragsschätzung. Es gibt in der Landwirtschaft die Forstformel, dass ein Zentimeter Wuchshöhe in etwa einer Dezitonne Trockenwasserertrag pro Hektar entspricht. Bei diesem Wert wurden bereits drei Zentimeter Stoppelhöhe berücksichtigt. Warum drei Zentimeter? Nun ja, das ist einfach die technisch bedingte Resthöhe, die immer stehen bleibt, weil eine Kuh einfach nicht tiefer als drei Zentimeter abfressen kann. Weil sie eher das Gras zupft und nicht mit ihren Zähnen schneidet. Sehrt ja oben ja keine Zähne. Also wir merken uns, ein Zentimeter Wuchshöhe ist in etwa eine Dezitonne Trockenmasse pro Hektar. Und jetzt solltet ihr euch die folgende Rechnung gut behalten, weil zum Beispiel in meiner Zwischenprüfung damals das drankam und gefragt wurde. Beispielberechnung für die Weidefläche pro Kuh und Tag. Die Wuchshöhe des Bestandes, den wir vorgefunden haben, beträgt 22 Zentimeter und nach der obigen Formel können wir dann daraus ableiten, dass 22 Dezitonne Trockenmasse pro Hektar in etwa der Ertrag sein wird. Nun müssen wir wissen, welchen Bedarf hat denn überhaupt eine Kuh pro Tag. Und der Bedarf an Trockenmasse pro Kuh und Tag liegt bei 17 Kilogramm. Achtet drauf, wir rechnen beides in Trockenmasse, nicht in Frischmasse. Um jetzt von diesen beiden Angaben umzurechnen, wie viel Quadratmeter denn eine Kuh quasi jeden Tag abfressen müsste, wenden wir die folgende Rechnung an. Die tägliche Weidefläche errechnet sich aus 0,17 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar. Hier wurden einfach die Kilogramm in Dezitonnen umgewandelt. Geteilt durch 22 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar, die ja der Bestand hergibt, macht dann 0,0077 Hektar. Und das entspricht 77 Quadratmeter. Also die Lösung, salopp gesagt, eine Kuh braucht pro Tag bei dieser Aufwuchshöhe ca. 80 Quadratmeter Weideflächen. Auf dieser Folie schauen wir mal nach dem optimalen Schnittzeitpunkt. Auf der linken Seite sehen wir den relativen Ertrag, also quasi wie viel wir ernten. Auf der anderen Achse, auf der waagerechten Achse, sehen wir die Pflanzenentwicklung. Ein Blattstadium, Schossen, Beginn des Ehrenrispenschiebens und die Blüte. Die blaue Kurve ist der Massenertrag in Kilogramm Trockenmasse und das andere ist der Nährstoffertrag in Rot, also Megajoule NEL beispielsweise. Und nun gilt es anhand dieser beiden Kurven abzuleiten, wann denn der optimale Schnittzeitpunkt ist. Und wir können erkennen, dass das Optimum an Masseertrag und Nährstoffertrag so in etwa bei Beginn des Ehrenrispenschiebens liegt. Also wenn die Pflanzen in der Blüte sind oder aussamen, dann sind wir viel zu weit drüber, dann sinkt nämlich der Nährstoffertrag massiv ab. Umgedreht, wenn wir zu weit nach vorne gehen, dass wir uns noch irgendwo im Schossen befinden, dann lassen wir einfach Masseertrag und Nährstoffertrag auf der Strecke liegen. Im Idealfall liegt der Schnittzeitpunkt bei Beginn des Ehren- bzw. Rispenschiebens. Wenn wir jetzt schon botanisch bezüglich der Pflanzenentwicklung den optimalen Schnittzeitpunkt bestimmt haben, können wir nun etwas detaillierter werden und uns die Frage stellen, zu welchem genauen Tageszeitpunkt sollten wir dann unser Mähwerk rausholen und die Flächen abmähen. Und wer jetzt ganz gut aufgepasst hat in der Pflanzenbotanik, der weiß, dass die Photosynthese uns helfen könnte, diese Frage zu beantworten. Ihr erinnert euch vielleicht, bei der Photosynthese gab es zwei Zyklen, die ablaufen. Einmal den Lichtzyklus und den Dunkelzyklus. Bei dem ersten Zyklus, der im hellen, im Tageslicht stattfindet, findet quasi die Zuckerassimilation statt. Das heißt, die Pflanze stellt Zucker her. Das passiert in der Lichtphase. In der Dunkelphase veratmet die Pflanze dann diesen Zucker. So, kurz Kopf anstrengen. Wir wollen möglichst viel Zucker drin haben, möglichst viel Energie für möglichst viel Megajoule NEL in der Silage. Das heißt, es würde sich anbieten, am Tagesende zu mähen. Also die Pflanze möglichst lange das Sonnenlicht und die Assimilator produzieren lassen. Und dann kurz bevor es quasi dunkel wird, so zwei, drei Stunden früher, sollten wir dann mit dem Mähen anfangen. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Schnitthöhe und der erneuten Austriebskraft. All unsere wertgebenden Futtergräser speichern Reservestoffe in der Stoppel. Je nachdem, wie knapp diese Stoppel gehalten wird, kann es sein, dass wir der Pflanze die Reservestoffe quasi abschneiden. Nach dem Schnitt, also nach der Nutzung, entscheidet nämlich die Menge an Reservestoffen über die Austriebsgeschwindigkeit. Ein zu tiefer Schnitt schneidet unseren wertgebenden Futtergräsern die Reservestoffe ab. Das heißt, die Pflanze hat es viel, viel schwieriger, ihre Kräfte zu mobilisieren für den Neuaustrieb. Und die unerwünschten Gräser, die haben sich dem relativ gut angepasst. Deren Reservestoffe liegen noch tiefer. Denkt mal beispielsweise, wo der Vegetationskegel vom Amfer liegt oder vom Löwenzahn. Ihr merkt, wenn wir zu tief abschneiden, killen wir quasi die Reservestoffe unserer wertgebenden Futterpflanzen. Die haben es viel, viel schwieriger, dann wieder in die Puschen zu kommen. Und die ganzen anderen Begleitpflanzen, die wir jetzt eher nicht haben wollen, wie Löwenzahn oder Amfer, die juckt das überhaupt nicht. Die haben noch ihre volle Menge an Reservestoffe. Die wachsen dann nach oben und machen unsere wertgebenden Futterpflanzen platt und breiten sich dann aus. Und je öfter dieser Fehler passiert, dass zu tief geschnitten wird und eben diese verzögerte Austriebskraft zum Tragen kommt, desto stärker sinkt dann auch die Grünlandqualität ab. Die optimale Schnitthöhe ist deshalb bei 6 bis 8 cm einzuordnen. Wie kann man denn die Schnitthöhe nun bestimmen? Das ist eine ganz einfache, billige und pfiffige Methode zugleich. Ihr könnt einen Deckel nehmen oder irgendwas anderes, ein Blatt Papier oder eine Pappe geht auch, macht in der Mitte ein Loch rein, steckt einen Zollstock durch, der Zollstock wird dann quasi auf den Boden gesetzt und ihr könnt ablesen, wie hoch die Schnitthöhe ist. Und ihr solltet euch auch wirklich mal die Mühe machen, das zu tun, weil häufig wird ein Mähwerk einfach nur angehängt und losgefahren und nicht unbedingt eingestellt. Und das kann euch aber Ertrag kosten und auch Qualität. Wir betrachten uns nun die Auswirkungen eines zu hohen, eines zu niedrigen oder eines passenden Schnitts. Wenn die Schnitthöhe höher als 8 cm ist, dann fällt auf jeden Fall mal der Ertrag geringer aus. Ihr habt ja gerade eben gelernt, dass 1 cm Aufwuchshöhe in etwa einem Doppelzentner Trockenmasse pro Hektar entspricht. Wenn ich jetzt 2-3 cm höher mähe, fehlen mir schon 2-3 Deziton Trockenmasse an Ertrag pro Hektar. Und ihr mäht ja in so ein Silo 30-40-50 Hektar rein. Also ihr merkt das schon, wenn ihr höher schneidet. Für die Pflanze ist das eher quasi neutral anzusehen. Also wenn ihr die Pflanze höher als 8 cm abschneidet, ist das für die Pflanze natürlich gut. Aber für euch als Landwirt vom Ertrag her eher schlecht. Und man könnte ja jetzt auch denken, okay, die Pflanze hat unten die Reservestoffe. Wenn ich höher schneide, dann kommt sie noch viel schneller wieder in die Puschen. Ist aber nicht so, denn über diesen 8 cm hat sie keine Reservestoffe mehr. Das heißt, wenn ich die Zentimeter 9-10 stehen lasse, wird sie nicht schneller austreiben, als wenn ich die Schnitthöhe irgendwo bei 7 cm habe. Also haben wir keinen zusätzlichen Vorteil für die Reserven. Das Gegenteil, ein zu tiefer Schnitt, umgangssprachlich auch gern Rasierschnitt genannt. Da liegt die Schnitthöhe kleiner 6 cm. Und wenn wir das machen, das passiert leider viel zu häufig in der Praxis. Achtet mal drauf, wenn ihr so über die Länder fahrt. Das schädigt die Speicherorgane und Restassimulationsflächen der Pflanzen. Wenn wir zu tief mähen, dann mähe ich zu viel Speicherorgan ab. Und je weniger Blattfläche ich an der Pflanze dran habe, desto geringer ist auch die Kraft, die die Pflanze an Photosynthese umsetzen kann. Also ich klaue ihr nicht nur ihre Reserven, sondern ich verhindere auch noch, dadurch, dass ich die grünen Teile ziemlich weit abschneide, dass sie überhaupt die Chance hat, wieder in die Puschen zu kommen und quasi nach oben zu wachsen. Die Folgen sind dann ganz klar ein verzögerter Neuaustrieb. Wir haben da unten keine Qualität im Futter steckt. Wenn ich so tief rasiere, höhere Rohfasergehalte im Futter. Rohfaser abgekürzt mit XF. Und Ertrag und Qualität des Folgeaufwuchses werden rapide sinken. Das heißt, ihr habt vielleicht jetzt beim ersten Schnitt, den ihr so tief rasiert habt, 2-3 Dezitonen mehr Trockenmasse im Silo. Aber dieser Fehler, wenn ihr unter 6 cm mäht, der hängt euch das ganze Jahr hinterher. Macht das nicht. Messt doch einfach mal nach. Wenn die Silo-Saison wieder losgeht, nehmt euch mal einen Deckel oder eine Pappe, steckt mal einen Zollstock durch und guckt mal, wie tief gemäht wird. Die korrekte Schnitthöhe liegt bei 6-8 cm. Das schont nämlich den Vegetationskegel und durch die ausreichende Restassimilationsfläche bzw. Restphotosynthesefläche, könnte man auch sagen, ist ein zügiger Neuaustrieb gewährleistet. Und diese 6-8 cm, könnt ihr euch merken, das ist der ideale Kompromiss aus Ertrag und Neuaustrieb. Ein sehr wichtiges Thema, was auch in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat, ist der Schutz von Wild. Wir haben das Problem, dass vor allem beim ersten Schnitt gerade die Zeit ist, wo die Ricken, also die weiblichen Rehe, ihre Kitze im Gras ablegen. Und ein Rehkitz reagiert nicht zwingend mit Weglaufen, sondern eher mit Bedeckthalten und Ducken und Abwarten. Und das wird dem Tierchen, wenn das Mähwerk kommt, zum Verhängnis. Vielleicht habt ihr es schon mal miterlebt, ich hoffe für euch aber nicht. Das gibt dann die unschönen Bilder, dass dann den Tieren entweder die Köpfe abgeschnitten werden oder alle vier Beine. Das ist gar nicht so selten. Deswegen ist es super, super wichtig, in Zusammenarbeit mit der örtlichen Jagd, vorher verschiedene Maßnahmen zu treffen, damit das eben nicht passiert. Ihr habt als Landwirt keine Chance, die Tiere zu erkennen. Ihr fahrt in etwa mit 10 bis 15 kmh mit dem Mähwerk über die Fläche. Und bis ihr, oder im Idealfall, ihr habt das Tier erkannt, aufgrund der Aufwuchshöhe ist das super schwer. Und ihr habt das Tier erkannt, bis ihr auf die Bremse gelatscht seid und das Mähwerk ausgehoben habt, ist es quasi für das Tier schon zu spät. Und deswegen gibt es verschiedene Methoden zum Schutz von Wildtieren. Das kann entweder die typische Absuche sein, dass man einfach mit einer Menschenkette durch die Fläche streift. Das machen auch gerne die Jäger mal, um die Rehkitze zu schützen. Ihr könnt zum Beispiel Wildretter am Mähwerk anbringen. Kostet natürlich ein bisschen was. Oder es gibt verschiedene Wildschutzvereine oder manche Jäger bieten das auch mit an. Kostet auch nicht zwingend was. Dass die einfach mit einer Drohne hochfliegen, mit einer Wärmebildkamera vorm Mähen gucken. Wo sind hier Tiere? Und dann werden die behutsam entnommen, sodass sie keinen Körpergeruch von Menschen annehmen. Auf Seite gesetzt und dann kann die Mutter sie quasi wieder finden. Und dann geht es für das Tierchen ganz normal weiter, ohne dass es eben Schäden erleidet. Das Mindeste, was ihr als Landwirt machen solltet, was auch wirklich sehr, sehr viele Landwirte umsetzen in der Praxis, sind verschiedene Mähstrategien, um das Wild aus den Flächen zu vertreiben. Bewährt hat sich das Anmähen am Vorabend. Da wird beispielsweise das Vorgewende freigemäht und so 1-2 Mal quer durch. Und das sorgt dafür, Rehe sind sehr, sehr sensibel, dass es zu einer Veränderung des Lebensraumes geführt hat. Das ist der Mutter nicht geheuer. Die nimmt dann ihr Rehkitz mit und verzieht sich auf eine andere Fläche, die quasi noch in Ordnung ist. Die ihr als sicherer erscheint. Das ist auch genau das, was wir erreichen wollen, weil ein Rehkitz in einem hohen Grasbestand zu finden, ist super schwierig. Und dadurch, dass wir einfach quasi den Lebensraum stören, schaltet die Mutter, okay, hier stimmt irgendwas nicht, ich muss mein Baby in Sicherheit bringen, nimmt das mit und verbringt das in eine andere Fläche und wir können die Fläche abmähen dann am Folgetag, ohne dass wir irgendeinem Tier schaden. Verbunden mit dieser Strategie geht es dann auch auf das Bildchen unten. Wenn das Vorgewende zuerst freigemäht wurde, sollten wir einmal quer durch die Fläche durchstechen und dann von innen nach außen mähen. Das hat den Effekt, dass die Tiere, die drin sind, das können ja nicht nur Rehe sein, es gibt auch Kaninchen oder Füchse oder ein Haufen anderes Wildzeug, was sich da drin rumstreunert. Das wird quasi verdrängt. Wenn ihr von der Mitte her nach außen mäht, dann gehen die Tiere immer weiter nach außen. Wenn ihr von außen nach innen mäht, ihr kennt das vielleicht vom Rapsdrechen, dann bündeln sich die Wildschweine oder in diesem Fall die Hasen und die Rehkitze alle im letzten Streifen und wenn ihr dann da durchfahrt, dann erwischt ihr sie alle. Eine Strategie, die so ähnlich ist, wie die die gerade eben vorgestellt wurde, das könnt ihr ein bisschen von der Flächenkontur abhängig machen, wäre, dass ihr einfach in die Mitte fahrt und dann immer kreisförmig euch nach außen bewegt, hat denselben Verdrängungseffekt der Tiere nach außen. Und was noch wichtig ist, wenn ihr Flächen an einer Straße habt, dann mäht doch zuerst von der Straße her weg und damit verhindert ihr dann, dass die aufgeschreckten Wildschweine nicht auf die Straße rennen und es beispielsweise zu Verkehrsunfällen kommen kann. Neben den Mähstrategien, die jeder umsetzen kann, ohne dass es besonderen Aufwand für einen darstellt, gibt es auch technische Lösungen, die wir anwenden können. Beispielsweise hier von Pöttinger, ein System, das schon relativ lange im Vergleich zu anderen Herstellern im Markt ist, basiert auf Radarsensoren, die Rehkits erfassen und dadurch quasi einen Mechanismus auslösen. Und zwar, sobald der Wildtiererkennung vorne eine Unregelmäßigkeit auffällt, also da liegt jetzt ein wirklicher Rehkits im Gras, geht automatisch das Mähwerk aus und sofort nach oben. Also das ist quasi wie so ein Bremsassistent im Auto. Sobald er eine Gefahr erkennt, warnt er, leitet die Bremsung ein und es kann nichts mehr passieren. Also es wird quasi diese Zeit überbrückt, die er als Landwirt oder als Bediener des Traktors braucht, um zu reagieren, um entweder die Zapfwelle auszumachen bzw. das Mähwerk auszuheben. Das übernimmt dann die Technik komplett alleine. Ihr könnt euch das so vorstellen, der kommt mit seinen 15 kmh da angeflogen, vorne geht die Erkennung an, oh scheiße, hier ist was. Die Elektronik schaltet, das Mähwerk geht sofort aus und wird je nach Hersteller auch aktiv abgebremst, dass sich die Scheiben nicht mehr drehen und es wird sofort ausgehoben. Und somit haben wir das Rehkits auch gerettet. Eine sehr gute Variante, die auch in der Praxis funktioniert. Es gibt noch eine andere Methode, weil das, was ich eben vorgestellt habe, schon relativ teuer ist. Viele Jagdpächter, die sind ja technikaffin oder haben Spaß, auch mal ein bisschen was zu investieren oder Geld auszugeben. Beziehungsweise es gibt auch hier und da Vereine, die das anbieten, was euch als Landwirt aber nichts kostet. Verschiedene Wildtierhilfen bieten nämlich an oder eben auch Jagdpächter, dass sie, wenn sie dann wissen, wann die Fläche gemäht wird, einfach mit einer Drohne, die eine Wärmebildkamera hat, hochfliegen und dann Luftbild aufzeichnen. Und ihr seht auf dem Bild rechts unten, das Reh ist ja warm, die Wärmebildkamera erkennt das und dann werdet ihr quasi als Retter, als Bildretter, als Mensch quasi zu dem Tier geleitet, könnt es einfach nehmen und tragt es weg. Das hat den Vorteil, dass das viel, viel schneller und effizienter geht, als wenn ich einfach so als Mensch durch die Flächen gehe und die Flächen absuche. Das ist nämlich das Bild. Man bildet eine Kette aus drei, vier, fünf, sechs Leuten, je nachdem wie viel man hat. Der Abstand sollte nicht zu groß sein, damit man eben gut in den Bestand reinblicken kann. Und dann läuft man so die ganze Fläche ab. Je nachdem wie viel Hektar gemäht werden, würde ich den Wildtierretter favorisieren, den wir gerade eben gesehen haben. Mein persönlicher Platz zwei wäre die Drohne, die quasi einmal oben drüber fliegt und gezielt dann die Menschen zu den Rehkitzen leitet. Und die Variante, dass ihr als Mensch durchgeht, das ist halt eben sehr zeit- und personalaufwendig. Muss mal gucken, wie man das umgesetzt kriegt. Aber was ihr auf jeden Fall machen solltet, was ich euch wärmstens an das Herz lege, ist, dass ihr diese Mähstrategien berücksichtigt, dass ihr immer von innen nach außen mäht oder bei Straßen von der Straße quasi wegzieht, dass da eben einfach weniger passiert. Weil es ist für euch als Landwirt auch nicht schön, den Anblick, wenn ihr da irgendeinem Vieh die Beine abgemäht habt. Das muss nicht sein. Ja, was passiert dann, wenn man so ein Reh gefunden hat? Man sollte es auf keinen Fall mit bloßen Händen anfassen und man sollte es auch so tragen, dass es nicht gegen den eigenen Körper abgestützt wird. Die Ricken sind nämlich sehr geruchsempfindlich und riechen dann, dass es im Menschenkontakt war. Und das ist der Ricken dann so skeptisch, dass es lieber ihr Kind aufgibt, als es dann quasi weiter anzunehmen. Und das muss eben verhindert werden. Man kann sich beispielsweise ein bisschen Gras rausreißen, nimmt das mit als Schutz oder zieht sich auf jeden Fall schon mal Handschuhe an, damit man eben keinen Geruch auf das Tier überträgt, setzt es dann in eine Box oder in ein Körbchen, wie auch immer, und verbringt es dann auf einer Fläche, wo es sicher ist. Und die Mutter, klar, die sucht es dann erstmal an der Stelle, aber sie wird es auf jeden Fall finden, wenn ihr das beherzigt.